Musik Ja, für die Jahreszeit ist es eigentlich noch zu kalt, für die Osterwiese auch. Ich freue mich nach spannenden, heißen Parlamentsdebatten, jetzt aber trotzdem auf die ruhigen Ostertage und natürlich auf die Osterferien. Ich wünsche allen eine ruhige Osterpause, viel Zeit mit Familie, Freunden und Kindern und natürlich viel Spaß auf der Osterwiese.